Liebe Pressevertreter, dann herzlich willkommen zur PK nach unserem Heimspiel gegen Hansa Rostock. Ich grüße ganz besonders neben Ihnen anwesendlich auch die beiden Trainer und wie immer das erste Wort zum Spiel, unser Gästetrainer, Alois Schwarz, bitteschön. Ja, danke. Fangen wir mal an, Fußball kann richtig verrückt sein. Das hat man heute dann auch mal wieder gesehen, dass es immer bis zum Schluss geht. Das ist das Gute, was ich der Mannschaft heute abbreche, also zusprechen kann, dass er bis zum Schluss dann daran geglaubt hat, noch das Ding irgendwie zu biegen. Dass es dann noch drei Punkte werden, natürlich umso schöner. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, was ich sagen, haben wir heute kein gutes Spiel gemacht. Wir hatten ein ganz schlechtes Passqualität. Wir sind selten in die Zwischenräume gekommen, wir haben die Bälle überspielt, da haben wir keine guten zweiten Bälle gehabt. Das einzige war mal die Chance von Kai, wo der Torwart gut hält, beim Umschaltmoment, wo dann das Tor fällt, muss man sagen, war es auch für Elversberg bis zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit verdient. Dann haben wir ein bisschen versucht, dann umzustellen, offensiver dann reinzugehen. Und gegen Ende, muss ich sagen, hat uns Elversberg lesen lassen. Es waren zwei Konter, einer muss natürlich davon rein. Haben wir Glück gehabt, dann gibt es den Elfmeter. Kolle hält das Ding, wird danach wieder zu früh drin. Und ich glaube, das gab noch mal so einen Ruck durch die Mannschaft. Und man hat dann zum Schluss einfach durch den Ausgleich gemerkt, dass Elversberg dann auch noch zittert logisch, weil das kann ganz schnell gehen, viele lange Bälle vorne rein. Und wir haben Glück, dass er uns vor die Füße fällt und Mohandanes 2-1. Letztendlich bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, mit dem Ziel, den es verlaufen, wie wir die Ökofien haben. Und wenn ich nicht ganz zufrieden, dann müssen wir natürlich anders auftreten. Dankeschön. Ando Schwarz, vielen Dank. Ich gebe weiter an dich, Horst, bitteschön. Ja, Rassolution an Hansa. Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht, wirklich waren gut dabei. Erste Halbzeit war es relativ ausgeglichen. Ende der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, kriegen wir mehr Situationen vor das gegnerische Tor hin. Hatte es gefühlt, dass wir auch nach der Halbzeit eben gut aus der Kabine kamen, haben dann das Tor gemacht und dann sah es eben auch lange Zeit nach einem Sieg aus, muss man sagen. Es waren wenig Situationen, die wir entschärfen mussten. Klar war zu erwarten, dass diese langen Bälle dann kommen. Wir wollten es eben auch vermeiden, aber letztendlich haben wir dann nochmal zwei Gegentore kassiert, die sicherlich Spielverlauf auf ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Und dementsprechend sind wir natürlich enttäuscht und müssen umschütteln. Das ist so, dass wir sagen, wir haben ein gutes Heimspiel gemacht. Wir haben lange Zeit geführt und sicherlich auch Möglichkeiten gehabt, das Ding auch zu Ende zu bringen. Und dann freuen wir uns hier, sitzen anders da. Letztendlich bleibt die Leistung zu bewerten und die war über weite Strecken eben gut. Und dann haben wir eben verpasst den Deckel drauf zu machen. Dankeschön. Dankeschön, Horst. Ja, jetzt dürfen Sie gerne eine Frage stellen. Das Mikrofon liegt bereit. Bitte ein kurzes Handzeichen, dann reichen wir das gerne an. Ja, Philipp Semmler vom Kicker. Eine Frage an beide Trainer. Es gab elf Minuten Nachspielzeit. Wie haben Sie das empfunden? War das eine korrekte Entscheidung, so lange nachzuspielen lassen? Wenn ja, weshalb? Und wenn nein auch, warum? Also, ich dafür. Das ist immer natürlich die Ermessenssache. Ich war auch überrascht, elf. Aber ich hätte schon die eine oder andere Minute natürlich schon erwartet. Aber elf war natürlich schon üppig. Für uns war es in dem Moment gut. Ja, ich war überrascht. Über elf Minuten und weitere Minuten oben drauf. Gibt's noch eine Frage? Ja, vorne in der ersten Reihe. Oliver Kramer, BZ und MV. Herr Schwarz, Sie haben ja nun auch schon ein paar Spiele in Ihrem Leben erlebt. Sicherlich auch enge Spiele, aber sowas heute schon nochmal mit dem Doppelschlag in der Nachspielzeit. Was Besonderes? Ja, ist auch als alter Hase etwas Besonderes. Ich meine, man kann sich so daran erinnern. Ich glaube, Bayern München hatte mal vor Jahren bis zur 95. 1-0 geführt und kriegt dann in zwei Minuten gegen Man United zwei Tore. So hat sich das vielleicht ein bisschen angefühlt für den Gegner oder für uns in dem Moment. Vielleicht noch eine Nachfrage zu Juan Pereira. Der Junge kam am Donnerstag gerade mal nach Hostock zum Medizinscheck, wurde am Freitag dann vorgestellt. Wie waren Ihre Gedanken bei ihm, ihn mitzunehmen, vielleicht auch erstmal überhaupt die Mannschaft kennenzulernen? Ja, das war schwierig. Juan ist noch Vater geworden, musste nochmal nach Griechenland fliegen. Ist dann am Donnerstag erst gekommen, hat am Freitag nur ein paar Minuten trainiert. Aber ich habe gedacht, ich nehme ihn einfach mal mit. Man weiß nie, was ein Stürmer, was passiert. Wir hatten nicht viel mit ihm dementsprechend trainieren können. Aber in so einer Situation, wenn du eins nach hinten liegst, ein bisschen wild ist, ist es jetzt von der taktischen Sache nicht so wichtig für den Stürmer vorne. Und gut, er hat es natürlich zurückgezahlt. Gibt es weitere Fragen? Nein, das sieht nicht so aus. Dann Dankeschön für Ihr Kommen. Gute Zeit für Sie alle. Gute Rückreise natürlich unseren Gästen nach Hostock und ein schönes restliches Wochenende für Sie. Ciao. Dankeschön. .